Tragödie in der Nacht zum Dienstag auf der B14 zwischen Oberndorf und Alt-Oberndorf. Eine 22-Jährige verunglückt mit ihrem Auto. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist die junge Frau schon tot. Die Altenpflegerin war auf dem Heimweg von ihrer Arbeit. Wenige Stunden noch und sie würde ihren Geburtstag feiern. Doch die 22-Jährige verliert bei starkem Regen die Kontrolle über ihr Auto und schleudert gegen einen Baum. An der Unfallstelle bietet sich den Rettungskräften ein dramatisches Bild. Sie sind schockiert. Es stellte sich also eine furchtbare Situation dar. Wie sie auch den Bildern entnehmen können, war das Fahrzeug buchstäblich um den Baum gewickelt. Und es war nichts mehr, aber auch gar nichts mehr zu machen. Das Problem sind aber immer die jungen Feuerwehrleute, die zum ersten Mal bei so einem Einsatz dabei sind. Das hinterlässt auch bleibende Erinnerungen. Die Fahrerin ist in ihrem Auto eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Schweres Gerät kommt zum Einsatz, um das Wrack auseinanderzuschneiden und die Frau zu bergen. Eine Notärztin kann nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die Verunglückte wäre um Mitternacht 23 geworden. Doch zwei Stunden vor ihrem Geburtstag kommt sie ums Leben. Wenige Kilometer noch und sie wäre zu Hause gewesen. noch den Ab elkaar bei der li Basketus 5000m gelesen woanders zu denen im 잠eli Working International Und zwei Stunden, die zum ersten Mal Wenn die threemigen Geräte für eine große Bindung